Der Wille muss da sein und man muss es einfach im Kopf fällen. Wir sind schlau und wir sind schnell. Es ist zur Zeit unsere Waffe. Wir wollen uns nicht verstecken vor grossen Nationen. Man hat gewusst gehabt, es kann uns niemand bremsen. Das Selbstvertrauen ist in meine neue Schweizer Nationalmannschaft. Für mich ist es schön, mit den Kindern auf die Eis zu gehen, um zu sehen, wie sie heute schon sind und man merkt, dass es etwas geht im Schweizer Eishockey. Swiss Made Hockey ist, dass wir zusammen unser Hockey klar definieren. Und jetzt brauchen wir einfach die Unterstützung von jedem.